Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs reaktivieren. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Reaktiviert. Reaktivierte. Hat reaktiviert. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich reaktiviere. Du reaktivierst. Er reaktiviert. Wir reaktivieren. Er reaktiviert. Sie reaktivieren. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich reaktivierte. Du reaktiviertest. Er reaktivierte. Wir reaktivierten. Ihr reaktiviertet. Sie reaktivierten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe reaktiviert. Du hast reaktiviert. Er hat reaktiviert. Wir haben reaktiviert. Ihr habt reaktiviert. Sie haben reaktiviert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich reaktiviert. Ich reaktiviere. Du reaktivierst. Ich reaktiviere. Wir reaktivieren. Ihr reaktiviert. Sie reaktivieren. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich reaktivierte. Du reaktiviertest. Er reaktivierte. Wir reaktivierten. Ihr reaktiviertet. Sie reaktivierten. Den Schluss macht der Imperativ. Reaktiviere du. Reaktivieren wir. Reaktiviert ihr. Reaktivieren sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb reaktivieren. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen.